Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Clever Campen Podcast. Dem Podcast für Campingkultur und heute mit der Frage, wie es ist, einen großen Campingplatz zu führen. Ich bin Isabel Krautberger, Redakteurin bei der Motorpresse in Stuttgart für Caravaning und Promobil. Das ist mein Kollege. Timo Großhans, hallo. Redakteur für Campingbus und Promobil. Genau. Und unsere Gast, die Heidrun Müller, Besitzerin, beziehungsweise, was sie genau ist, verrät sie uns später vom Giztenweiler Hof, einem Campingplatz in der Nähe vom Bodensee bei Lindau. So, herzlich willkommen. Freue mich mal hier zu sein. Genau. Hallo Heidrun. Servus. Ja. Ich bin natürlich auch Camper, möchte ich sagen. Also ich habe ja nicht nur einen Campingplatz, sondern ich habe auch einen kleinen Campingbus, einen Schülwärm. Okay. Der hat mich jetzt schon seit Jahren begleitet, wo ich dann immer inkognito Urlaub mache. Oh, das ist natürlich auch spannend. Spionierst du dann andere Campingplätze aus? Ich übernachte auch bei mir und gehe dann noch früh duschen. Die Leute erkennen mich nicht, weil ich da eine Brille aufhabe. Wenn ich Gäste habe, Freunde, die dann zu Besuch kommen, kommen dann eben auch zum Campen oder in eins unserer schönen Varias, den Häusern im Grünen. Und dann stelle ich mich so dezent dazu und nutze mal wie ein normaler Kunde unsere Fazilitäten. Das macht mir auch sehr hilfreich. Ja, also wir haben es ja schon ein bisschen verraten. Du bist Campingplatzbesitzerin von dem Campingpark Gitzenweilerhof. Das ist ein großer Campingplatz. Es ist relativ, ich würde mal sagen, bekannt, deutschlandweit bekannt. Du bist ziemlich bekannt in der Camperbranche, in der Campingbranche, auch bei Herstellern. Bist ja auch auf jeder Messe oder vielen Messen, auf dem Caravansalon und so weiter. Also, wie ist es? Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Campingplatz, vom Gitzenweilerhof. Wie lange hast du den schon? Also den Gitzenweilerhof haben wir 1995 gekauft von der Familie Lindstedt. Und es war jetzt so einer Zeit, wo es noch keine Handys gab, noch kein Internet. Ja, es war einfach, war noch sehr spannend. Und es war praktisch eine große Wiese. Es war schon ein Campingplatz, aber da war noch wahrscheinlich, sah das noch anders aus als heute. Es sah anders aus. Es war nicht klassifiziert. Lindstedts hatten das Ende der 60er gekauft von der Familie Martini aus Lindau. Und es wurde dem Don Alfredo Tabard angeboten. Der wollte das nicht. Also der Tabard, den man kennt von Knaus Tabard. Richtig. Der Don Alfredo hieß er früher. Und das Lustige war, der wollte es nicht haben. Er hat gesagt, er baut jetzt erstmal Wohnwagen. Aber sein Geschäftsführer hat gedacht, so eine kleine Geldanlage, so am Bodensee nähe, hübsch. Und die haben bei Würzburg gewohnt. Und mein Vater war der Steuerberater vom Don Alfredo, vom Tabard. Das ist der einzige Zusammenhang, den mein Vater zum Camping hatte. Und somit hat der Dr. Lindstedt, der damals den Campingplatz gekauft hat, meinen Vater mit der Buchhaltung betraut. Und ich habe die Buchhaltung gemacht, jahrelang vom Gitzenweilerhof. Weil ich habe auch mal was Ordentliches gelernt. Bin Gehilfin für steuerlich und rechtsberatende Berufe im Steuerbüro gelernt. Und hatte dann das, war meine Buchhaltung, Finanzbuchhaltung. Bevor du den Campingplatz gekauft hast, hast du für ihn schon die Buchhaltung gemacht. Genau. Und dann ändern sich aber die Zeiten. Wenn du dann auf der anderen Seite vom Dresden stehst, schaut das alles ganz anders aus. Weil als wir dann gekauft haben, Dr. Lindstedt ist leider verstorben, plötzlich. Im November 1994 hat die Witwe, mein Vater, betraut, das Ganze abzuwickeln. Und sich alle, die hatten ein großes Imperium mit viel Baugeschäften, Immobilien, allem Möglichen. Also es war so ein Mann von Welt, wie in der Coca-Cola-Werbung. Der schmähbte bei uns immer so durch Steuerbüro. Sehr spannender Mann. Und mein Vater hat dann alles verkauft und schön, am Ende blieb dieser olle Campingplatz übrig. Den wollte irgendwie keiner haben. Und dann hat er noch eine Baufirma gehabt, die konnte er verkaufen. Und dann sagt die Frau Lindstedt, nur wenn er den Gitzenweilerhof mitverkauft. Weil wenn der Mann jetzt tot ist, ist das für sie alles schwierig und sie möchte das nicht. Und dann sagt mein Vater, naja, dann nehmen wir den halt auch mit. Und dann wären wir schon wieder los. Aber irgendwie blieb ich ein wenig kleben an der ganzen Sache und machst jetzt fast 30 Jahre. Ich wollte gerade sagen, es sind uns ja auch schon fast 30 Jahre. Also da erlebt man ja auch ganz schön viel, könnte ich mir vorstellen in 30 Jahren. Und genau, also heute wollen wir in der Folge eigentlich mit dir so drüber sprechen, wie es denn ist, so einen großen Betrieb zu führen. Dass du uns mal vielleicht so ein bisschen mit hinter die Kulissen nimmst, was für Themen einen beschäftigen, was auch politisch da ansteht. Und ja, vielleicht auch ein bisschen so über die Gäste zu plaudern, wie es denn ist. Hat man sich auch durch einen Campingboom vielleicht jetzt die letzten Jahre, haben sich die Camper verändert. Also über all das würden wir gerne jetzt mit dir sprechen. Genau, wir freuen uns schon. Also wir haben ja ein Buch geschrieben. Da kannst du ja die Geschichten, also man kann Geschichten über Camping, also jedes Jahr füllt es so ein Buch von Sachen. Man glaubt es nicht, die sich die Leute neu ausdenken. Und ich bin ja ganz fies. Also ich bin deshalb so bekannt in der Branche, weil ich so zurückhaltend bin. Naja, Entschuldigung, ich habe einen nichtsbekannten Campingplatz irgendwo in der Haut-Volée. Wir liegen also zwischen Bodensee und Allgäu, sind nicht direkt am See. Ja, wirklich eine Besonderheit und trotzdem so groß und erfolgreich. Und deshalb mussten wir ein bisschen was tun. Also von alleine kamen die Gäste nicht. Und dann haben wir uns ja eine Strategie überlegt, weil ich kam ja auch aus einem Branchenfremd. Ja, und dann kommst du so in der Branche an. Auch alle kennen sich, alles ganz nett und familiär. Und also es war wirklich nett und wir sind auch nett aufgenommen worden. Aber wir haben dann recht schnell gemerkt, wir müssen uns ganz anders drehen als die, die halt zum Beispiel am Bodenseeufer sind. Jetzt fährt bei uns der Stadtbus regelmäßig runter, aber ich bin nicht direkt am See und falle raus beim Google-Suche. Also haben wir uns entschlossen, gleich schon 1995 so ein paar Sachen zu machen und sind da voll eingestiegen. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem aus der Politik rede, ist immer so ein Problem, wenn du sagst, mir gehört so eine Zeltwiese, kannst du sicher sein, dass das keine Sau interessiert, weil die gar keine Ahnung haben, was dahinter steckt. Deshalb bin ich ja heute auch hier, um mal zu sagen, was wir so alles machen. Also ich erinnere mich noch sehr gut, da hast du mir das mal erzählt, auf einer Messe, dass du, wenn du mit Politikern redest, gar nichts mehr sagst, dass du Campingplatzbetreiberin bist, sondern ich glaube, du hast gemeint, du hast ein Outdoor-Hotel mit 250.000 Übernachtungen im Jahr und dann klingeln da natürlich die Ohren bei der Politik anders, wie wenn man sagt, ich habe einen Campingplatz. Genau so läuft es. Ist das so? Ja, ich sage entweder Freiluft-Hotel, dann hören die nur Hotel. Ja, 1000-Betten-Hotel macht dann schon Eindruck. Oder ich sage Outdoor-Ressort. Outdoor-Ressort. Das ist jetzt mein neues Wort. Outdoor-Ressort. Wir haben ein Ressort. Hört sich auch toll an. Und dann sprechen die mit dir, wenn du dann mal sagst, 150 Mitarbeiter, 16 Hektar Fläche, drei Seen, drei Restaurants, eine Pommesbude, einen netten Cocktailbar, ein Schwimmbad, ein Ponyhof, ein Fahrradverleih, eine Sub-Stelle, Kanus, kannst du bei uns auf dem Weiher fahren. Ja, also, und wenn die dann, und so drei Spielplätze haben wir auch noch und Tiere zum Streicheln, so einen kleinen Streichelzug. Und Trampolins. Trampolins, natürlich, ja, und Animation. Und wenn du dann mal so aufzählst, was du alles so tust und was du alles für Firmen bei dir auch beherbergst. Also wenn bei uns der Postbude ein Paket bringt zum Gizzenweilerhof, sage ich, für wen? Weil es gibt ganz viele Möglichkeiten der unterschiedlichen Art. Entweder sind es Gäste, die sich was schicken lassen, weil sie was vergessen haben. Oder es sind Schweizer Gäste, die es bewusst zu uns schicken, weil wir ja in Deutschland sind und Amazon liefert nicht. Und oder es ist wirklich einer der Betriebe, wo du sortieren musst. Und da drehe dich bei der Politik und auch so nach außen recht, ja, sage ich mal, Großkotzheit auf. Man muss ja auch die Branche ordentlich vertreten und sagt dann immer, wir haben ein Freilufthotel, 250.000 Übernachtungen. Aber ärgert dich das im Grunde, dass man nicht sagen kann, dass es ein Campingplatz ist? Also dass dem quasi nicht dementsprechend gebührt wird, was es denn ist? Das dürfen wir denen ja gar nicht vorwerfen. Es hat keiner eine Vorstellung, auch die Gäste nicht. Oder so, auch selbst manchmal die eigenen Leute nicht, wenn die neu anfangen, was da so auf sie zukommt. Also die meinen, naja, da checkt man mal ein paar ein und dann geht da ein bisschen was. Wir haben im Grunde an einem Tag, wo viel läuft, 300 anreisen und 300 abreisen. Das sind, also, das sind mal drei Personen. Also das, ein Zimmer, ja, ein Wohnmobil fährt runter, ein Caravan kommt, das sind 600 Bewegungen am Tag. Das heißt, die muss man auch in diesen 10 Stunden durch die Rezeption schleusen. Ja, die checken ein, die checken aus, die haben eine Frage, die brauchen eine Briefmarke. Das ist eine Logistik hinten dran, die sich ja gar keiner vorstellt. Und das kann man keinem vorwerfen. Warum soll er sich Gedanken machen? Ja? Und das ist eben das, was ich dann, ich erzähle dann immer, was ich so tue. Und ganz zum Schluss, wenn ich dann so aufgezählt habe, was man bei uns alles hat und was ich so alles mache und was ich so nebenbei noch mache und dann engagiere ich mich ja noch bei der Mentor-Stiftung für die Erziehung der Kinder und im Grunde auch unserer allerbesser Zukunft, wenn man ein bisschen die Gesellschaft stärkt, kommt ja auch wieder was zurück. Engagiere mich bei der IHK im Ehrenamt, engagiere mich bei vielen Dingen im kleinen Umfeld, wo ich sage, muss ja die Region zusammenhalten und sowas. Und wenn ich dann mal aufgezählt habe, was ich so alles neben dem Campingpark noch tue, dann sei ganz zum Schluss, ach, und eigentlich haben wir ja nur eine Zeltwiese. Und dann ist natürlich der Brüller auch wieder da. Ja, klar, logisch. Und das fesselt dann. Und dann ist es aber so, dass du auch einen Termin kriegst. Also jetzt auf der Herfahrt nach Stuttgart hat mich vom Färber, der Minister in Berlin, das Büro, das Sekretariat angerufen und gefragt, wann möchten Sie denn den Termin? Sie wollen noch ein paar Themen besprechen. Da sage ich, ja, da hätten wir so ein paar Sachen. Und was sind das dann für Themen? Kannst du das mal umreißen? Was erwartest du von der Politik heute? Also das Schwierigste, und das betrifft ja nicht nur die Campingbranche, ist im Grunde die Bürokratie. Die trifft ja in alle Sparten, aber uns besonders. Weil wir haben ja im Grunde jedes Gewerk, also ich habe ja alles beschäftigt, vom Rezeptionisten über die Hausdame, über die Reinigungskraft bis hin zum Gärtner, zum Animateur, in einem Tänzer. Ja, wir haben einen Außenbereich, wir haben Grünanlagen, wir haben einen Pool, wir haben einen Techniker, wir haben einen Maschinenfuhrpark. Ich kann ja nichts richtig, aber von allem was. Und dadurch betrifft einen Campingpark oder die Campingbranche generell grundsätzlich wahnsinnig viel. Und wenn der Politiker dann kommt und ich irgendwie so ein olles Formular ausfüllen soll, wo das sich gar nicht bewusst ist, welche Konsequenzen die da wieder beschlossen haben, wie beispielsweise bei der Grundsteuer. Also die Grundsteuer ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das wieder in den Griff kriegen soll, ohne dass kleine Betriebe oder mittelständische Betriebe, die ja die deutsche Wirtschaft hochhalten, das hinbekommen. Wir zahlen jetzt das Fünffache an Grundsteuer. Ich habe aber nichts dazu gekauft, ich habe nichts verändert. Es ist nur eine neue Bemessungsgrundlage gebildet worden. Und da werden alle, also kleine Firmen wie Sägereien, die ganzen Handwerker, die draußen Lagerfläche haben für Holz, die Campingplätze, die unbebaute Fläche haben, werden jetzt eingestuft, als hätten wir in Stuttgart an bester Adresse einfach mal einen Bauplatz freigelassen. Ja, dass das bei uns Hotelbetten sind. Ja, dass der ja, das wird ja nicht berücksichtigt. Wir werden ja mit allen über einen Kamm geschirrt. Und das, also ich sage mal, das Geld kann ich anzünden. Das bringt uns nichts. Dann ist das nächste Problem, im Grunde, was wir haben, Digitalisierung. Man müsste den Politikern vielleicht mal sagen, dass es nicht digital ist, wenn ich eine E-Mail schreibe, sondern dass Abläufe nur digitalisiert werden können, wenn man auch angeschlossen ist. Also bei uns gibt es Tage am Bodensee, da haben wir nicht mal Telefon. Da gibt es kein Telefonempfang. Kein Handyempfang. Nichts. Es gibt nämlich auch kein Internet, da gibt es auch kein Festnetzempfang. Weil mittlerweile gibt es Telefonie und du kannst nicht mehr analog telefonieren. Aber das Netz bricht zusammen und ist nicht vorhanden. Weil zu viele Touristen sind oder warum ist das so? Nein, weil die Infrastruktur in Deutschland nicht funktioniert. Und weil bei uns die Grenze ist. Das ist einfach nicht vorgesehen. Also die Erde ist eine Scheibe. Und plups, hört da Deutschland auf. Und auch die Digitalisierung. Und dann sind wir natürlich auch außerhalb der Ortschaft, weil sämtliche Campingplätze sind ja meistens ein bisschen größer und außerhalb der geschlossenen Ortschaft. Also hast du ja keine Baustruktur, diese Infrastruktur fehlt dir ja. Jeder Campingplatzbesitzer muss wie eine Löwenmutter kämpfen um die Anbindung. Wir haben jetzt einen Stadtbus. Ja, wir gehören auch zum Stadtgebiet dazu. Und wir zahlen noch ein Viertel aller Übernachtungen in Lindau sind bei uns. Und wir zahlen auch die meiste Kurtaxe. Ein Viertel von ganz Lindau. Vom Landkreis. Vom Landkreis. Nur auf dem Campingplatz. Nein, nur am Gizzenweilerhof. Und nämlich knapp ein Viertel ist noch auf dem Campingpark am See, der mittlerweile städtisch ist. Und im Grunde haben die Campingplätze im Landkreis Lindau, wenn man die alle zusammenrechnet, die Hälfte aller Übernachtungen. Und das möchte ich mal gerne dem Herrn Politiker sagen, dass wir in dieser Lieferkette und in dieser Wertschöpfungskette durchaus zu beachten sind. Wahnsinn. Und nicht irgendwo hinten runterfallen und auch gut organisierte Betriebe sind. Ja, und es wird halt einfach, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Weder als Politiker, aber auch niemand, der sich damit nicht beschäftigt. Ja. Welche Wirtschaftskraft da dahinter steckt. Und auch die Gäste, die kommen. Ich sag mal, ich muss es in so einem Podcast hier ja natürlich nicht sagen. Wir sind ja alle Camper. Wir wissen, was so ein schnuckeliges kleines Autos kostet. Ja, also ich kann einen Wohnungsbau Wagen kaufen mit dem Einsteigermodell. Was Schöneres, was Größeres. Je nachdem, was ich auch mache. Also ich bin ja der Typ, wie gesagt, VW-Bus. Aber VW-Bus leiste ich mir auch nicht. Entschuldigung. Das sind ja Preise, die die aufrufen. Das ist ja wahnsinnig. Und ich habe jetzt einfach was Älteres, schön gepflegt, schnuckelig, klein. Benutze nicht meine Toilette, weil die Kassette leere ich nicht. Okay. Mag ich nicht. Ich brauche Infrastruktur. The dark side of Camping, ja. Das gehört dazu. Aber es gibt ja jetzt Anbieter, die das verbessern. Und das sind so Sachen, je nachdem, was du dir, du hast ja, du hast ja eine, ein Gast, du kannst ja nicht sagen, der Camper. Das ist das Gleiche, wenn du sagst, ach, sie machen Urlaub, ach, das ist aber schön. und steckst dann in Studios reisen mit dem Kreuzfahrtschiff und dem, der mal schnell nach Los Angeles fliegt und Disneyland macht in einen Sack und in ein Zimmer. Da haben die einen Spaß miteinander. Das sind alles Urlauber. Und genauso vielfältig sind natürlich die Camper. Und natürlich ist es auch eine sehr teils zumindest eine einkommensstarke Reisezielgruppe, was glaube ich auch nicht allen bewusst ist. Das hat immer noch leider so ein bisschen den Ruf Campen, günstig Urlaub machen und das ist ja einfach schon seit Jahren, weiß man das ja, dass es das gar nicht mehr zutrifft. Kann man schon. Also es gibt ja Gott sei Dank, eben, das ist ja dieses Range an Campingplätzen, die angeboten sind. Das ist ja auch genau das, was Camping ausmacht. Es dürfte jeder machen, was er will. Also bitte nicht nackt über den Platz springen, wir sind keine FKK. Aber so grundsätzlich kannst du dir ja aussuchen als Gast, wo du hin möchtest. Deshalb musst du ja auch ehrlich sein als Campingpark. Das merkt der Gast nämlich relativ schnell, ob du dem jetzt grün und blau verkaufen willst und dabei bist du rot angemalt. Und der sucht sich ja aus, was er möchte. Ob er jetzt eben die ursprüngliche Nummer haben möchte, mit wenig Erschließung raus in den, ich sag mal, in den Wald und dort wirklich minimalistisch Urlauben machen, um neu zu strukturieren, das Gehirn, was auch immer. Oder ob er sagt, ich möchte Städtereisen machen und direkt vorfahren, habe ein riesen Wohnmobil, bin autark, stelle mich einfach dahin und mache was. Oder es welche gibt, die sagen, ich möchte so einen Mischmasch haben, möchte ein bisschen davon und davon oder ich möchte Animation oder ich möchte Kultur. Und so sucht sich ja auch jeder Gast seinen Campingplatz aus. und wir tun eigentlich von vornherein, haben wir uns festgelegt, da wir schon immer ein Ökosplien hatten und ich habe früher Zeltlager so für 100 Kinder bei der KISJ veranstaltet habe, also ich kenne das ursprüngliche Camping. Wir hatten noch einen Donnerbalken. Ich möchte das jetzt nicht erklären. Deswegen deine Aversion gegen die Kassetten. Ja, genau. Oh, jetzt, ja, richtig. Und dann, das sind so Sachen, wo wir dann sagen, wir bieten Naturcamping erleben, aber natürlich mit etwas Komfort. Fünf Sterne sind schon ganz nett. Also ich möchte einfach, wenn ich im Urlaub bin, also klar, ich koche gern, ich mache das auch, mir macht das auch nichts aus, aber ich gehe gern essen, ich brauche eine Infrastruktur, wenn es mir einfällt, will ich halt haben. Apropos Essen, du hast glaube ich drei Gastronomiebetriebe auf dem Campingplatz, ein, gut, ein schwäbisch-bayerisches, sozusagen, ein Italiener und eine Und nochmal eine Grill. Grill Pommesbude. Aber Grill Pommesbude dürfen wir nicht sagen, also der macht das schon ordentlich. Macht das schon ordentlich. Also das ist einfach ein Imbiss. Und da, jetzt kommt die nächste Frage, du sagst, der, weil er, ein Pächter. Das ist ein Pächter. Genau. Der gehört nicht, es ist nicht dein Angestellter, sondern die drei Betriebe, alle drei, sind Pächter. Und wir haben noch eine Eisdiele und noch eine Cocktailbar. Auch verpachtet. Auch verpachtet. Und da bin ich heilfroh. Ich habe das Restaurant, also die bayerisch-schwäbische Wirtschaft, jetzt vier Jahre selber betrieben. Okay. Bis letztes Jahr. Über die Corona-Zeit. Über die Corona-Zeit. Ohne Hilfen der Regierung, komischerweise, weil wir waren ja immer liquide. Du wurdest ja in Deutschland bestraft. Das ist nämlich auch das. Da kam mir dann auch immer so bei der IHK so entgegen aus der Industrie. Ja, ihr habt es ja jetzt gekriegt. Ja, von wegen. Wenn man ordentlich gewirtschaftet hat, hat man nämlich vom Staat nichts bekommen. Man hat nur was bekommen, wenn man nicht liquide war. Dann warst du eh schon pleite. Dann hast du ja eh schon ein anderes Problem gehabt. Und von wegen die Hotellerie und Gastronomie hat es überall geschenkt gekriegt. Einen Dreck haben wir gekriegt. Wir hatten ein Berufsverbot, was ich mir vor Corona, das kann sich doch keiner vorstellen. Berufsverbot. Also, ja, das ist schon mal eine Nummer, wenn dann so die 100 Mitarbeiter anschauen und sagen, was machen wir jetzt? Ihr müsst jetzt zu Hause bleiben. Das war schon mal. Und wir können nicht im Homeoffice arbeiten, weil das geht nicht über VPN. Das geht einfach nicht. Rasenmähen geht nicht über VPN. Ja, und auch nicht buchen geht nicht über VPN, weil das System nicht so funktioniert bei uns. Okay. Also, wir müssen uns jetzt Starlink oder irgendwas anlachen. Wir sind gerade wieder in Berlin unterwegs. Was zu suchen. Irgendjemanden zu suchen, der mal eine Internetleitung dahin schmeißt. Hast du keine? Bist du nicht zufrieden mit deiner Internetleitung? Ich habe Glasfaser und es funktioniert nicht. Okay. Also, einer der Punkte Politik. Aber der andere Punkt ist noch, bei der Gastronomie sind wir jetzt wieder von 7 auf 19 Prozent. Mehrwertsteuer. Das ist auch ein Lieblingsthema von dir. Nein. Also, es war zu befürchten, dass es kommt, dass es nicht abgewendet werden kann. Und ganz viele Kollegen haben doch schon angefangen, im Sommer das wieder umzulegen, weil es eigentlich absehbar war, dass es kam. Und du kannst dich dagegen nicht wehren. Schwieriger ist es eigentlich, dass die, also, das Problem ist, dass es jetzt noch teurer wird für den Endverbraucher ist, dass du ja schon viel teurer einkaufst. Also, auch der Nettopreis ist ja viel teurer geworden. Die Lebensmittel sind wahnsinnig hochgegangen. So ein blödes Salätle kostet ja ein Vermögen in der Herstellung. Also, es ist dieser olle Kopfsalat. Wir haben die Gott sei Dank bei uns im Bio-Schau-Garten und verwenden, was wir können aus dem eigenen Garten. Auch jetzt der Pächter dürfte sich da bedienen teilweise, aber die brauchen ja Mengen, das können wir ja gar nicht züchten. Bis du so eine Salatplatte auf dem Teller hast, das ist eigentlich teurer als ein Schnitzel. Also, definitiv, ja. Erstmal, dass diese frischen Sachen einfach, wenn du Qualität kaufst, teuer sind. Das lassen die sich bezahlen. Dann musst du Personal haben, was das Putzibeer macht. Ja. Ein Salat ist eigentlich das Undankbarste, was du auf der Karte hast. Ja. So ein Schnitzel schnell mal durchzogen. Schweinebraten mit Knödel und Blaukraut. Das ist perfekt. Ja, das geht. Das kannst du auch mal schnell 100 Portionen raushauen. Ja. Ja. Aber so ein Salatle. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass du das irgendwo umlegen musst. Und wenn dann noch die Politik natürlich mit der Mehrwertsteuer das noch draufschlägt, mir ist das ja relativ wurscht, weil ich zahle sie, aber ich kriege ja auch wieder die Vorsteuer. Also, da geht es rein und raus. Was das Problematische auch noch bei den 97 Prozent ist, dass das ja wieder nur den Mittelstand trifft. Ich muss ja jetzt noch nachschauen, wo mein Gast, der bei mir den Kaffee holt, sich hinsetzt. Wenn er bei mir auf der Terrasse hocken bleibt, muss ich ihn mit 19 Prozent versteuern. Und wenn der die drei Stufen runter geht von meiner Terrasse und sich unten auf den öffentlichen Platz setzt, dann muss er nur 7 Prozent Steuern zahlen. Ist, weil es dann to go ist. Dann ist es to go. Soll ich jetzt jedem Gast hinterher springen? Bei McDonald's gehst du rein, das ist alles to go. Ja, so ungefähr. Da sagst du einfach, du hast to go. Und die haben schon immer 19 und 17 Prozent unterschieden. Und die machen jetzt alles auf 7 Prozent. Das kannst du aber singen, dass die alle to go machen. Und wir jetzt als kleiner Betrieb müssen dem Gast das erklären, weil er sagt, wir sind teuer geworden. Nein, wir sind nicht teuer geworden. Der Lieferant ist teuer geworden und der Staat hält die Hand auf. Was ist denn dein Gefühl, diese Preissensibilität des Gastes? Wo ist da eine Schmerzgrenze langsam erreicht? Wie empfinden die das? Wie empfindest du das? Wie spiegeln dir die das zurück? Ja, also es ist so, das merkt man in der Gastronomie grundsätzlich, dass die Gastronomie zurückgeht. Und die Leute, ich glaube nicht, dass die Leute nicht das Geld haben, sondern dass die jetzt wieder langsam anfangen, in D-Mark umzurechnen. Wenn du einen Fischteller für 32, 35 Euro kaufst, was dir durchaus am Bodensee passieren kann, natürlich nicht in Bayern, ich bin ja bayerischer Bodensee, in Lindau ist es noch ganz moderat, aber wenn du mal zu Meersburg einen Fischteller nimmst, dann kostet er 35 Euro pro Person. Schnapp! Und dann gehe ich, also wenn wir essen gehen, wir gehen essen, da wird dann auch, wenn noch das Kind ein Cocktail möchte, ohne Alkohol natürlich, oder ein Salätchen oder noch ein Nachtisch, dann wird das gekauft. Und dann machst du mal Hopsala, wenn du die Rechnung kriegst. Also das ist schon so, dass du mit der Familie, wenn du essen gehst, sind es Beträge, die du nicht jeden Abend mehr ausgibst. Das wollte ich gerade sagen, also das finde ich, merkt man schon, also man geht bewusster essen, finde ich, also früher war ich im Urlaub, dann geht man halt essen, Punkt. Und jetzt finde ich, denkt man eben schon nach, wer also eben so ein Essen für eine Familie, wenn es dann gut ist, was man ja dann auch will, das ist ja halt schon locker mal 100 Euro Minimum los, für ein gutes Essen. Schnell zusammen für vier Leute. Das ist jetzt eben die Überlegung, gehe ich jetzt morgen ins Ravensburger Spieleland oder gehe ich essen? Also die Minimum morgen im Ravensburger Spieleland nur für einen Eintritt, da haben wir noch nichts gegessen. Aber der ist weg. Und das sind so Sachen, wo wir halt den Vorteil haben, dadurch haben wir auch unseren Imbiss. Das to go. Da gehen die Leute hin, da holen die sich was Schnelles auf die Hand, weil der Camper frühstückt ja gerne. Also ich mache es zumindest so, bei uns wird gefrühstückt, Käffchen, Frühstück, vor das Wohnmobil und dann guckst du mal wieder so vorbei, flaniert, dann unterhältst du dich ein wenig, machst du dein Tagesprogramm und das ist ja auch das, was Camping so ausmacht, dass du keinen Terminkalender hast, keine Hetze und dann freust du dich, Füßchen hoch und guckst, was da so rumspringt. Und dann ist es ja relativ spät mit dem Frühstück. Dann brauchst du ja mittags nichts wirklich zu essen, so ein Häppchen. Und am Abend gehst du dann essen. Oder du gehst dann, lässt das Mittagessen aus, gehst schon am Nachmittag was Richtiges essen und abends nur so einen kleinen Cocktail. Oder man grillt. Wie ist denn das beim Grillen bei dir auf dem Platz? Darf man Holzkohle grillen? Ja, also natürlich kein offenes Feuer und bitte kein Spiritus, weil wir möchten, also ich kann Erste Hilfe, aber das will ich nicht. und in der Grillschale. Also feste Grillschale und nicht den Nachbarn einräuchern, das sind wir dankbar, aber es ist bei uns natürlich erlaubt, weil es gehört ja dazu. Und das Tolle ist, da kannst du nämlich dann bei uns ein To-Go-Paket im Restaurant oder am Kiosk holen mit den Beilagen. Also Papa schmeißt mal, es ist ja immer noch so klassisch, bei mir machen es mittlerweile die Kinder, die Rolle übernommen haben, weil sie alt genug sind und grillen. Jungs schmeißen das Fleisch auf den Grill, Mami macht die Beilagen. Mami geht mal flockig bei uns ins Wirtshaus und holt sich so ein Täschchen, dann nehmen wir noch die Pommes beim Dings mit und vielleicht noch so ein Pizzabrot beim Italiener. Supi. Hab nachher nichts zum Spülen, alles da, geh mit meiner Tupperschlüssel natürlich hoch, ohne Müll, machen die auch und dann hast du natürlich auch einen gemütlichen Abend und dann brauchst du auch manchmal nicht so viel und das ist natürlich das, was du jetzt dann auch machst, wo du dann bei uns auf dem Bauernmarkt einkaufst, holst du dir die Sachen und setzt sie mal gemütlich vor dein Freizeitgefährt, was auch immer du hast und gehst eben nicht mehr so häufig essen, weil es ist ja auch die Infrastruktur rumrum. Der Laden hat ja auch alles. Der Laden hat Grillfleisch, wenn dir es abends um acht da einfällt, gehst du mal schwupps da was holen. Und diese Preissensibilität, merkt ihr irgendwie, dass die Leute vielleicht kürzer Urlaub machen? Wie ändert sich da das Urlaubsverhalten oder sind wir da noch stabil? Also ich glaube, um das Essen abzuschließen, wir haben ja auch Schweizer, die haben ja gar keine Schmerzgrenze, die kommen ja und freuen sich, wenn sie die italienischen Preise sehen, unseres Pinocchios. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt wirklich so kürzer bleiben, weil sie Geld sparen wollen, sondern weil diese Veränderung durch dieses Homeoffice, die haben ihre Tage verbraten. Die machen, witzigerweise, was ich mir ja immer denke, man könnte doch Homeoffice machen, dann könnte es mal flog auf den Campingplatz. Wenn wir angebunden wären, würde ich sagen, wenn die bei uns Homeoffice machen könnten, dann würden da auch mehr kommen und länger bleiben. Ja, ganz sicher. So, jetzt kommen die aber nur von Freitag bis Sonntag. Am Freitag kommt die Karawane und am Sonntag fährt sie wieder, weil die müssen ja alle wieder brav ins Homeoffice. Und die freien Tage, die du dir nimmst, die sind durch dieses Homeoffice sehr eingeschränkt, finde ich, weil du bist ja auch immer erreichbar plötzlich. Also früher hast du gesagt, ich bin von Montag bis Donnerstag im Betrieb und dann habe ich Feierabend. Gibt es ja heute nicht mehr. Du bist für deinen Chef erreichbar. Und da sind viele, die dann auch so viel Zeit gucken müssen, dass sie die Kinder versorgen, weil die waren ja auch im Homeoffice. Dass die sich so dran gewöhnt haben, nur noch das Rausdürfen von Freitag bis Sonntag, dass sie dann auch nur die Tage kommen. Aber sie könnten ja trotzdem Urlaub nehmen, oder? Das machen die gar nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, warum. Also wir haben, und das Gott sei Dank alle Campingkollegen, haben die Feststellung gemacht, die Leute bleiben nicht mehr eine Woche. die fahren öfter weg, weil sie ja immer das Gefühl haben, sie müssen, sie sind im Stress, sie sind immer erreichbar, sie brauchen jetzt mal eine Auszeit. Und dann fahren die lieber dreimal zwei Tage, anstatt das am Stück zu machen. zu machen. Okay. Weil sie häufig eine Auszeit brauchen. Okay. Und wie ist das jetzt bei euch gerade in der Hauptsaison? Also viele Campingplätze ist ja so, dass man eine Mindestanzahl an Nächte buchen muss. Ist das bei euch so? Und wenn nicht, warum? Also es ist ja spannend, warum das manche machen und manche nicht. Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, die Faulen ist böse. Nein, es ist einfach ja die Philosophie jeden Campingplatzes. Also wir haben einfach die Philosophie, dass du bei uns ursprünglich campen kannst. Also ich möchte auch wohin fahren können, wo ich nicht buchen muss. Also wenn du einfach mal ein bisschen lässig, wie es mir sonst auch zum Campen gefahren ist, mal losfährst, dorthin fährst und bei einem Gitzenweilerhof mal um einen Platz fragst und hast nicht reserviert, da geht immer was. Einer ist da immer frei. Wir buchen nicht aus. Wir haben so ein kleines Kontingent, was man für Leute übrig haben, die einfach so reinschneiden oder für Fehlbuchungen, sage ich mal. Manchmal sind ja die Leute ganz putzig, wenn sie reservieren. Dann sagen sie, wir haben ein kleines Wohnmobil und dann steht so ein Mochilo vor der Tür oder ein großer Kartago, der definitiv mal zwei Plätze braucht. Das kannst du im Sommer dann nicht einfach mal schrubst, die Waldfee. Ja, wen schmeißt die jetzt raus? Den Großen, der sonst nirgendwo unterkommt? Wir haben ja extra Reisemobilplätze, wo diese Liner hinpassen. Aber du musst es halt einfach wissen und deshalb halten wir einfach ein paar Plätze zurück, so als Reserve, wenn einer mal nicht so aufgepasst hat, wie groß sein Wohnmobil ist oder der Wohnwagen. Wenn der plötzlich mit dem Doppelachser kommt, das noch an der Seite ausfährt und er sagt, ach nein, er nimmt einen kleinen Plätze. Ja, dann steht er aber mit der Abspannung vom Vorzelt beim Nachbarn. Das mag der nicht. Deshalb haben wir einfach ein Kontingent übrig, wo die Leute spontan kommen können und wir schreiben ihnen auch nicht vor, wie lange sie Urlaub machen müssen. Okay. Bei uns darf jeder kommen und gehen, wie er möchte. Auch wenn der jetzt zwei Wochen gebucht hat und nach drei Tagen geht, ich sage immer, dass Großmutter sterben. die armen Großmütter, die da alle sterben müssen, damit der früher heimfährt. Ist das eine beliebte Ausrede? Das ist immer der Satz, ach, wir müssen heim, die Oma. Der geht es nicht gut. Der Oma. Und Oma. Und es ist wirklich so, dass wir sagen, ja gut, mittlerweile, weil es überhand nimmt, nehmen wir eine Bearbeitungsgebühr. Jeder, der bei uns reserviert, zahlt 30 oder 50 Euro an. Wenn er nicht kommt, behalten wir die. Okay. Aber wenn er 14 Tage bucht, muss er wirklich nur das bleiben, was auch da ist. Okay. Er muss nicht 14 Tage zahlen, wenn er nach einer Woche abreist quasi. Richtig. Okay. Außer er macht ein Mietobjekt. Weil wir haben festgestellt, durch Corona hat sich das gewandelt, dass die Leute nicht mehr spontan reisen. Und wenn ich ein Mietobjekt nicht belege, dann steht mir das leer. Und das ist ein Verlust, der eigentlich schon eingerechnet ist in der Bilanz. Den kann ich nicht mehr auffangen. Wenn ich im Sommer, so wie dieses Jahr, wo ja jeder sagt, ah, Camping hat jetzt Zuwachs, ihr schwimmt ja im Geld. Klar, und wir den Goldiesel im Keller stellen. Nein, es hat geregnet. Es hat im Juli geregnet und im August zwei Wochen. Also waren drei Wochen bescheidenes Wetter. Und es macht einfach keinen Spaß. Ja. Du kannst immer ein paar Tage überbrücken, es findet sich immer was. Wenn es drei Wochen, nur einmal regnet, verstehe ich jeden Gast, der sagt, oh, ich mag jetzt nach Hause. Ja, klar. Und dann fahren die heim. Und dieses Geld holst du nicht mehr auf. Da kann der Oktober noch so schön sein. Außer wir haben Corona und die Grenzen sind geschlossen. Das beste Camperjahr war bei uns 2020. Ja. Da durften sie nämlich nicht raus. Ja. Da mussten sie alle zu dir auf. Da habe ich dann mit dem Kollegen Massimo mal von Marina di Venezia telefoniert. Ich habe gesagt, du, tut mir jetzt leid, ZDF ist bei mir. Ja, klar. Das nächste Jahr war er. Ruf er dann an und sagt, Schatzilein, sind wir dann da? Ich war auch da letztes Jahr. Auf Marina. Ich auch. Ich habe auch Urlaub gemacht. Sehr schöner Campingplatz. Und es gibt ja ganz viele tolle Campingplätze. Und deshalb ist es ja auch so, ich reiche die Gäste auch gern durch. Wenn der mich fragt, wo sollen jetzt hinfahren, wenn es ihm bei mir nicht mehr gefällt. Warum auch immer. Die Alte schreit, die Kinder schreien, der Mann spinnt rum. Weil, was weiß ich. Oder es einfach, haben es abgerast. Die wollen jetzt was anderes hin. Oder was weiß ich. Wenn der bei mir nicht mehr zufrieden ist. Oder einfach so, schon überlegt, dass er geht. Ha. Dann sage ich dem schnellen Kollegen, wo er hingehen kann, wo er dann auch wieder zufrieden ist. Weil der nölt bei mir ja nur rum. Den will ich ja gar nicht mehr haben. Also, ja. Und dann lobe ich den doch gerne weiter. Und es gibt so viele nette Kollegen. Und das ist das Scheune an der Branche, dass man eigentlich zusammenhält, auch in der Gastronomie. Und man hält zusammen und empfiehlt dem Gast dann einfach einen anderen Campingplatz. Weil der ist ja nicht blöd. Der findet es ja selber. Der guckt im Internet und schaut, was er machen will. Und dann sucht er sich den schon aus. Und wenn ich dem jetzt aber sage, fahr meinetwegen dort und dorthin, die haben da tollen, den Bereich und das und die haben das und das oder das Licht ganz toll gelegen, wenn du dir die und die Stadt anschauen willst, dann freut sich der Gast, weil er eine Empfehlung bekommt. Der Kollege freut sich, weil er einen begeisterten Gast bekommt, der sich wohlfühlt und im Camping, ja. Und das sind ja unsere Gäste. Das werden nicht mehr. Das ist auch durch Corona nicht mehr geworden. Wir reichen die nur durch. Das ist interessant. Du hast ja gesagt, dass die im Vorfeld, war nicht das Spannende, gerade wenn man sagt, der Camping-Boom zu neuen Gästen, dann sagst du, die neuen Camper sind gar nicht deine Gäste. Das war das, was ich am Anfang ja gesagt habe. Der Camper. Tja, ein weiter Begriff. Und gerade die, zu Corona-Zeiten jetzt Camping für sich entdeckt haben. Was wurde denen verkauft? Freiheit. Naja, richtig. Der Marlboro-Man. Aber dass der Marlboro-Man nicht im Naturschutzgebiet ein offenes Feuer machen darf und da auch nicht alleine ist, der ist deshalb nur alleine, weil sein Handy die anderen rausretuschiert. Ja, das sind nicht unbedingt die, die dann auf den Camping-Park kommen. Die wollen alleine irgendwo hin. Bis sie merken, oh, ist das doch ein bisschen langweilig. Und auch gar nicht das Campen. Das ist ja die Gemeinschaft. Das ist ja das Leben. Ja, dass du eben genau diesen Tipp, also wie wir, ich muss natürlich, ich darf im Sommer nicht in den Urlaub fahren. Ich habe Urlaubssperre. Ich habe so einen blöden Chef. Und dann sind wir früher mit den Kindern, wie das noch möglich war, bevor die in die Schule gekommen sind, sind wir mal nach Australien gefahren. Ein bisschen Camping-Urlaub machen. Ja, da war es ja auch so. Du bist ans Barbecue hin und dann hast du dich mit den anderen unterhalten und hast einen Tipp gekriegt. Und dann bist du dort kleine Viecherchen angucken gegangen oder irgendwas. Und so ist es ja, das macht ja das Camping aus. Und deshalb machst du das ja auch, dass du dich mit den anderen unterhältst. Und das ist das Schöne am Camping. Du guckst den Nachbarn an, lächelst, er lächelt zurück, dann kommst du ins Gespräch. Du guckst den Nachbarn an, der guckt dich an und denkt so, uh, nein. Dann kommst du nicht ins Gespräch. Du guckst den anderen Nachbarn an. Ja, dann lässt er dich auch in Ruhe. Und wenn du aber was erfahren willst, sind ganz viele Kollegen um dich rum, die dir die neuesten Tipps erzählen von ihren letzten Ausflügen, von dem und von dem. Und das macht es ja so aus. Und das kriegst du ja auch immer einen Geheimtipp. Und dies macht das Camping aus und nicht das alleine irgendwo stehen. Und deshalb sind die neuen Camper, die das Campingleben gar nicht so erlebt haben, auch nicht angefixt. Also die sind auch nicht begeistert. Die gehen jetzt wieder auf die Kreuzfahrt. Die machen jetzt wieder was anders. Also das ist, du musst im Grunde, deshalb haben wir am Gizzenweiler Hof zum Beispiel Freunde werben Freunde. Da kommt einer, also der mietet bei uns einen Neuling, mietet bei uns einen Wohnwagen. Der steht schon fest aufgebaut, hast kein Problem mit dem Nivellieren und alles eingerichtet. Und ein Freund kommt mit, eine befreundete Camperfamilie, führt die im Grunde in das Leben des Campers ein. Dann machen die was am Abend gemeinsam, dann stellt man den Grill auf, dann schwatzt man ein wenig. Und so begeistern die sich für Camping. Und da kannst du sicher sein, dass die, die mit Freunden da waren, das nächste Jahr mit dem eigenen Wohnwagen kommen. Ja, man muss dieses Camping schon immer lernen und verstehen. Also ich bin ja mal mit meiner Tochter oft auf dem Campingplatz und denke ich mir immer, die wird sich nie die Frage stellen, ob Camping cool oder nicht cool ist, sondern für die ist das was ganz Normales. Die macht es cool. Wenn du jetzt als Neuling einsteigst und in diese Campingbranche, was du alles brauchst, was du bedenken musst, da wirst du ja vielleicht echt verrückt, weil du es halt nicht gewohnt bist, diese Handgriffe zu tätigen und auch diese Nähe zum Nachbarn und dann läuft der in der Badehose vor deiner Nase rum, wenn du frühstückst. Ja, das muss man sich ja dran... Muss man mögen. Muss man... Oder ausblenden. Also Murphys Gesetz, es sind immer die Falschen, die sich ausblenden. Das ist ja auch das. Und da bin ich unseren Gästen sehr dankbar. Also die Gizianer sind wohl erzogen, dass die nett nackig in die Rezeption kommen und auch bitteschön nett, mit dem, ja, so triefend, Wasserspur noch hinterherziehen, aufs Restaurant, also Terrestle setzen und meinen, sie müssten. Also da muss ich echt sagen, der Camper hat... Also genau, das ist eine Frechheit, was da im Fernsehen läuft. Also wir möchten die bösen Sender ja nicht nennen, aber diese Fernsehsendung, wo ich mich auch mal erwischt habe, dabei gewesen zu sein. Ich sagte, wir machen aber nichts mit Gartenzwergen. Dann haben die, ja, machen nichts mit Gartenzwergen. Hey, im Abspann kam der Gartenzwerg. Im Abspann. Und das hat nichts. Gemeinsam mit wirklich dem modernen Camper, der wohl situiert, der einen tollen Beruf hat, der fest im Leben steht, weil er ein Handwerker ist oder irgend... Also ich sag mal, wir haben ganz viele Leute, die selbstständig sind, die im Reinigungsservice zum Beispiel selbstständig sind, dann zu uns kommen und sagen, hey, habt ihr gut im Griff. Wo ich mich doppelt freue, weil es jemand ist, der es nämlich versteht. Und die haben alle ihren Beruf und die haben alle ihr Leben und denen brauchst du nichts erklären. Die machen sich da eine schöne Zeit ohne Terminkalender und die wollen einfach nur gechillt mal machen, was sie wollen. Und dass sich die Leute bei euch wohlfühlen, das zeigen ja auch so ein bisschen die Zahlen. Ich glaube 65 Prozent habt ihr Wiederkehrrate oder genau. Also scheinen sich ja schon wohl zu fühlen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf was du vorher gesagt hast. Und zwar hast du gemeint, es wird immer mehr, dass die Leute früher abreisen, sich nicht mehr so binden wollen. Ist das wirklich eine Tendenz? Also dieses Spontan? Und woher kommt das deiner Meinung nach? Also hat das was mit Corona zu tun? Also ich möchte dieses böse Wort ja eigentlich nicht mehr sagen, aber definitiv hat die Pandemie die Gesellschaft verändert. Also definitiv, in grundsätzlicher Hinsicht. Also erstens hast du ja plötzlich, also ich bin ja auch so Party-Maus, vielleicht auch manchmal nicht mehr ganz altersgerecht, ja, also je mehr Leute, juhu und ab in die Mitte. Sogar ich habe mir Gedanken gemacht, hu, darf ich das jetzt? Ja, darf ich das? Darf ich das? Das habe ich mich früher nie gefragt. Menschenmengen, wo ich mir gedacht habe, oh, da gibt es was. Mitten rein, los, 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 was gibt es hier? Ja, du machst dir andere Gedanken. Du erwischst dich selber, dass du anders bist. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich mich von nichts erschrecken lasse. Ich habe einen Campingplatz. Ich kenne ja eigentlich alles. Ah, nein. Und die Leute haben sich verändert. Die ganze Gesellschaft verändert sich. Die Jugendlichen verändern sich. und die sind schon in manchen Dingen sehr ich bezogen worden. Ich bezogen. Ich bezogen. Einfach aus Angst. Teilweise haben die Leute ja Angst, ihnen passiert was. Und die Empfindungen sind anders. Es ist, also bestes Beispiel, Weihnachtsmarkt oder irgendwie Jahrmarkt. Die Leute sagen immer, oh, da ist so viel los. Sag ich, hey, guck dich mal um. Früher bist du wie der Pinguin in der Ölsardine, da durchmarschiert. Da hast du keinen Millimeter Platz gehabt. Und jetzt ist nur noch ein Drittel der Gäste da, die aber kaufkräftig sind. Es ist jetzt nicht so, dass sie kein Geld da lassen. Aber du wirst nicht mehr durchgedrückt und du empfindest es aber immer noch als voll. Und so ist es bei den Campern, glaube ich, auch. Also das geht durch die ganze Gesellschaft durch. Und so ist es bei uns auch. Die wollen sich nicht mehr festlegen. die melden sich nicht mehr verbindlich ab. Du kannst ja heute, also früher hast du eine Verabredung gehabt und dann bist du gekommen. Du hast eine Buchung gemacht, dann bist du gekommen. Oh, jetzt habe ich einen Schnupfen. Oh, ich möchte sie ja nicht gefährden. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt kommen kann. Und dieses verbindlich bleiben, das hat sich total verloren. Man hat ja auch schnell eine Ausrede. Ich huste, ich darf gar nicht kommen. Ich darf gar nicht kommen. Ich darf nicht kommen. Und das Behalten haben die Leute irgendwie beibehalten. Und das merkt man auch bei den Stornierungen. Ja. Wir hatten früher, das ist ganz witzig, wir haben jetzt dreimal mehr Arbeit, das ist nämlich auch das Problem durch die Stornierung, hast du ja doppelte Arbeit. Ja, das ist der Blick hinter die Kulissen, was man außen oft nicht sieht, dass diese vielleicht, ich meine bei Booking und so ist das natürlich, die haben natürlich auch da sicherlich dazu beigetragen, mit 24 Stunden vorher Stornierbarkeit ohne Gebühren. Booking ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Booking nicht digital ist. Booking macht eine Kontingent. Wir sind nicht auf Booking, weil das muss sich händisch einpflegen. Wir haben unser eigenes System. Wir buchen auf unserer eigenen Homepage wirklich digital und online. Das heißt, der Gast bucht sich ein. Er muss aber über die Rezeption stornieren und wir hatten früher 11.000 Buchungen. Jetzt haben wir 13.000 Buchungen. Können Sie erst mal sagen, juhu. Wir hatten früher aber auch nur 1.000 Stornierungen im Jahr. Jetzt haben wir 3.000 Stornierungen. Also ich habe wieder nur 10.000 unterm Strich. Aber doppelte Arbeit. 6.000 Arbeitsschritte mehr. Und das sieht gar keiner. Also 6.000 im Vergleich zu 10.000. Also das ist ja nicht, dass ich ein 1%, sondern das ist mal eine richtige Hausnummer. Also von diesen 13.000, die buchen, stornieren auch 3.000 wieder. Und das musst du alles in die Finger nehmen. Aber das ist genau das Wissen, was das auch irgendwie interessant macht oder auch ein Verständnis mit sich bringt. Und warum dann vielleicht manche Campingplätze auch fordern, dass man eben eine Mindestbuchung, dann kann man das ja irgendwo auch wieder nachvollziehen oder in Relation setzen. Die Mindestbuchung bringt dir aber nichts. Die Mindestbuchung ist nur das, dass du ja genauso viel verdienst. Wenn der zwei Nächte bleibt, hast du noch nichts verdient. Ab der dritten Nacht wird es interessant. Ab der vierten Nacht wird es schön. Und wenn er so zwei Wochen bleibt, juhu. Weil dann hat er den Platz und du musst nichts tun. Der reist an, du stellst ihn hin und dann reist er nach zwei Wochen wieder ab. Wenn ich aber jetzt jede Nacht da einen neuen Gast habe, dann muss ich mich ganz anders bewegen. Und das ist das, was ja den Mehraufwand bringt. Zumal bleibt er auch noch kürzer. Ich habe jetzt unser Ergebnis angeguckt, wo ich dachte, die Bilanz gefällt mir ja gar nicht. Weil wir haben mehr Umsatz, wir haben aber definitiv mehr Kosten. Uns war so fies mehr Kosten, dass ich mir sage, ach nö. Und das hole ich auch nicht mehr auf. Also geschuldet dem, dass mehr Handgriffe zu tun sind für den gleichen Quatsch. Und dass zumal das ganze Prozedere sich auch ändert. Die Leute werden auch komplizierter. Die haben ja auch einen anderen Anspruch. Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Ist der Schokohase vegan? Ich weiß nicht, warum ich unbeliebt habe. Es ist ja eine berechtigte Frage, aber sie kommt halt auch zusätzlich obendrauf. Kommt halt obendrauf. Und ich sage mal, ich gehöre zu der Fraktion auch. Also ich habe seit meiner Geburt eine, ich sage jetzt mal, Fehlzündung. Und ich muss auf die Ernährung, also auch wenn man es nicht sieht, ich muss auf die Ernährung achten. Ich kann manche Dinge wirklich nicht essen. Da kommt der Krankenwagen. Also bei mir ist das wirklich so. Und wir haben das ja schon immer. Also ich hatte das ja auch schon in den 70er Jahren, als es noch nicht en vogue war. Und ich habe da vollstes Verständnis dafür. Aber ich habe früher einfach was nicht gegessen. Also ich esse heute, wenn ich heute bestelle. Also ich gehe ins Restaurant und ich weiß, wo die Sachen, was ich nicht essen kann, also wo es mir einfach nicht gut geht. Und ich kriege dann keine Luft. Der Rettungsdienst muss ich dann auch beeilen. Ja, also das ist auch ein, ja, meine Schwester hat leider das gleiche Problem. Die ist noch schlimmer dran. Die hat noch so eine Notfalluhr. Das habe ich mir mal abgewöhnt. Und da ist es aber so, dass ich dann einfach Sachen nicht bestelle. Also wenn ich weiß, ich esse keine Salami, dann bestelle ich keine Pizza Salami und frage, ob da Salami drauf ist. Dann bestelle ich eine Fungi und nehme die Pizza einfach und sage dann so klein dazu, dass er vielleicht die Salami rauslässt. Also keine Deko-Salami drauf tut. Was ja öfters der Fall ist. Meine Schwester hat das Problem mit Kräutern. Die ist allergisch auf Kräuter und kriegt keine Luft. Okay, das ist durchaus komplizierter. Und da ist es manchmal schlimmer. Und das ist aber das. Die Leute machen sich keine Mühe mehr. Die erwarten, und das ist der Unterschied zu früher, die erwarten, dass du alles vorrätig hältst. Also das Restaurant ist kein Wunder, dass es teurer wird, weil er muss ja jeden Schnickschnack vorratig halten. Anstatt die Leute sich anpassen und sagen, das mag ich nicht oder das will ich nicht, das lasse ich jetzt weg. Erwarten die, dass der Wirt die Nudeln nochmal grün anstreicht. Weil sie wollen das ja jetzt so. Aber ist die Erwartungshaltung auch bei zum Beispiel gegenüber Sanitäranlagen, gegenüber euren Unterhaltungsprogramm, sowas auch gewachsen oder sind die da ganz glücklich damit? Also ich glaube, dass es gar nicht so an die Fazilitäten geht, dass die Leute gar nicht, sondern die Empfindsamkeiten haben sich geändert. Nur es geht eigentlich nur um Empfindsamkeiten. Also auch die Arbeit in der Rezeption am Desk. Ja, also du hast immer, und das Schlimme ist ja, 90 Prozent sind super und dann hast du zehn Witzpiepen dazwischen, die versauen dir den ganzen Tag. Ja, früher haben wir auch, also was auch was. Das möchte ich auch mal festhalten. Wir wollen hier kein Gäste-Bashing machen. Genau. Wir wissen, wir haben das gerade festgehalten, 65 Prozent Wiederkehrer bei dir. Also es geht, ich glaube, das Verhältnis zwischen dir und den Gästen stimmt. Aber ich glaube, was wir ein bisschen noch reden wollen, ist, das ist mein Lieblingsthema. Auch, dass die Gäste mal ein bisschen verstehen, was euch so umtreibt. Also die müssen mich ja gar nicht verstehen. Die sind ja im Urlaub. Das verlange ich ja gar nicht. Also das ist mal der springende Punkt. Ich erwarte ja von meinem Gast gar nichts. Der macht Urlaub. Ja. Da soll er die Füßchen hochlegen, sich entspannen. Aber er möge doch bitte nicht mir vorschreiben, wie man ein Geschäft machen soll. weil er meint, er ist schlauer als ich. Also es mag durchaus sein, dass er schlauer ist, aber ich muss den Scheiß bezahlen. Also bei mir laufen die Kosten auf und ich muss einen, eine Balance finden, wie man manche Dinge regelt. und was mich am meisten nervt ist, Lieblingsthema Hunde. Hunde. Der Hund ist nicht das Problem. Ein polarisierendes Thema wahrscheinlich. Das Herrchen ist das Problem und das polarisiert nicht nur, nein, das macht, wie soll ich sagen, Feindbilder. Weil dieses Herrchen, wenn du ihm sagst, ach, sind es doch so gut, dass der Hundilein da sein Geschäft nicht auf der Spielwiese macht, wo die Kinder dann krabbelnd durchlaufen. Ich mache es doch weg. Das sagt er dann. Wo ich mir sage, äh, äh, bitte nicht auf der Spielwiese. Draußen. Ja, aber der will doch schnuppern. Nein, draußen. Ich bin mit einem Dobermann aufgewachsen. Ich habe vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu Tieren. Ich bin auch auf einem Hof aufgewachsen, wo wir die Hühner, die Schafe und die Kühe gegessen haben. Die hießen aber auch nur Hasi. Die hatten nicht einen Namen. Heute essen wir Erna, haben wir nicht gesagt. Heute gibt es Hase. Ja? Aber mir war das klar, wenn ich den im Stall streichle, esse ich den irgendwann. Und wir hatten einen Dobermann, der hat nicht bei mir im Bett geschlafen. Der durfte ins Haus. Alles gut. Aber ein Hund ist ein Hund. Ein Mensch ist ein Mensch. Und wenn der Gast sich bei mir beschwert, warum der Hund teurer ist als der Mensch, dann sage ich, weil der Hund mir auch mehr nervt. Aber nicht der Hund. Was tut der Hund? Wie der Hund ist teurer. Ja. Aber nicht der Hund nervt mich, sondern das Herrchen, was meint, seinen Hund nicht erziehen zu müssen. Und alle anderen Hundert leiden drunter. Ja? Es gibt Hundebesitzer, die haben ihren Hund im Griff. Die gehen raus. Die lassen den nicht schnuppern. An der kurzen Leine. Zack. Erledigt. Und es gibt welche, die mir dann erklären, dass ihr Hundilein das leider nicht kann. Wo ich mir denke, nee, ich weiß, warum er es nicht kann. Aber du sagst, das sind die 10 Prozent, oder? Nee, nicht mal. Nicht mal, oder? Aber du triffst jeden Tag ein. Okay. Und der macht dich mürbe. Ja, das glaube ich. Und der bringt dich so weit, dass du dir immer mal kurzfristig nach so einem Gespräch überlegst, ob du den Hund einfach verbietest. Okay. So. Und jetzt haben wir aber von den 100, 99, die sind nett. Und die müssen unter dem einen Blödel leiden. Dann behalte ich mir das doch manchmal auch vor, um zu sagen, oh, ich glaube nicht, dass wir für sie der richtige Campingplatz sind. Fahren Sie doch mal weiter. Okay. Ärgern Sie doch einen anderen Kollegen. Ja? Weil sonst alle anderen Gäste, die da auch sind, leiden müssen. Also man muss manchmal auch Leute rausschmeißen. Aber das kommt doch bestimmt nicht allzu häufig vor, oder? Nö. Also, wie soll ich sagen? Ich bin da sehr großzügig. Ich stehe auch auf dem Parkplatz, wenn die Gäste anreisen. Und aus verkehrstechnischen Gründen müssen wir die Leute in eine, eine nicht Warteschleife, sondern eine Ringschleife führen, dass die einfach von der Bundesstraße, die da, das ist ja eine Lindauer Kreisstraße, die bei uns vorbeiführt, bei uns auf den Campingbereich fahren, schön hinten rum und alle fahren diese Schleife und auch vornherein. Und die haben auch alle reserviert. Und ein Flitzpiepe ist wieder dabei, der meint, mir erklären zu müssen, dass ich das ja überhaupt nicht im Griff habe. Ich habe mein Geschäft ja gar nicht im Griff. Okay. Das geht ja so gar nicht. Und er fährt jetzt vor die Tür. Sag ich, nein, das machen sie nicht. Sie machen das wie alle anderen auch. Bei uns gilt gleiches Recht für alle. Also, George Orwell hätte bei mir seine Freude. Ich bin da rigoros, ist mir scheißegal, wer da vorfährt. Es wird einfach nichts gemacht, was andere gefährdet. und Entschuldigung, wenn wir uns alle anstellen, dann stellen wir uns auch an. Ich stelle mich auch an, wenn ich irgendwo ankomme. Und woanders mache ich es auch. Und dass dann einer meint, er müsste sich quer reinstellen und mir erklären, er bleibt jetzt da stehen. Wenn ich zu ihm sage, Sie stehen in der Feuerwehrzufahrt, fahren Sie bitte ein Stück vor. Und er sagt einfach mittlerweile, nein. Dann sage ich ihm, ich glaube, Sie machen woanders Urlaub. Und dann fragt er mich, ich sage, gehört mir, will ich so, Abmarsch. Ja, weil einfach, wenn der sich querstellt, leiden alle anderen. Und ich muss es mir nicht mehr antun. Und wenn ihm das so Spaß macht, bitteschön. Also, aber wie gesagt, das sind natürlich die Ausnahme. Und der Gros, der auf dem Parkplatz fährt, den du dann begrüßt, wenn du da Späßle machst und sagst, oh, jetzt kuscheln wir weiter. Da haben wir schon auf der Autobahn gekuschelt. Oder du fragst ihn, man erkennt nicht alle. Das müssen die Leute auch verstehen. Man erkennt nicht alle Gäste, die immer wieder kommen. Ja, klar. Aber wenn ein zu einer, die erkennen dich, aber du ist nicht. Die erkennen mich. Ich habe ein Namensschild. Das ist leicht. Die können lesen. Unsere Gäste können alle lesen. Und wir nehmen aber auch, weil die die nicht lesen können. Also so ist es nicht. Kinder zum Beispiel. Ich meine da auch Erwachsene. Wenn er nett ist, darf er kommen. Und das sind so Sachen, die erinnern sich an einen. Vielleicht nicht. Dann grinst er mich an und dann sage ich, kurz überlegen, na sind sie wieder da. Da weißt du aber nicht, ob er wirklich, und dann kommst du natürlich auch an das, nee, ich war noch nie hier. Und dann steht die Ehefrau das Gebo und guckt dann schon böse an. Dann denke ich mir, sowas nicht. Mache ich immer so. Oder auf die Frage, haben Sie einen Hund dabei und der antwortet, nein, ich belle selbst. Findet man einen nicht mehr lustig beim 30. Gast. Wir haben schon Strichliste geführt, wie oft es das steht. So was sagen, okay. Ich belle selbst. Ja. Ist so öfters bei so, ja leider gehöre ich leider auch zur Fraktion 50 plus so. Die sagen das. Okay. Die Jungen sagen es natürlich nicht. Die sagen was anderes. Aber wie gesagt, also gerade beim Campen, also es ist, ich glaube, stimmt es jetzt, was ich sage? Also ich würde schon sagen, also ich bin selber Camperin, genau, und gehe gerne Camperin, dass gerade beim Campen doch die meisten Gäste doch sehr tolerant sind, oder? Das macht doch auch das Campen aus, oder? Die sind entspannter. Also wenn du in ein Fünf-Sterne-Hotel gehst, ist die Zimtzicke am Dresen, also der Gast bestimmt anders, als bei uns jetzt. Der kommt entspannt in die Rezeption. Ah, meine Lieblingsgeschichte. Wir hatten mal einen Gast, also die kam, der kam, also der kam zum Zahlen bei mir und dann dachte ich, na, der kann jetzt eigentlich nicht, eine Riesenrechnung, der war irgendwie drei Wochen da, über tausend Euro und dann habe ich gedacht, oh Gott, der hat also einfach einen Jogginganzug an und dann habe ich mir gedacht, welchen Wohnwagen, wo ist in dem seine Familie? Also ich konnte den auch gar nicht so zuordnen. Also meistens siehst du, wenn die Leute bei denen länger da sind, wer zu wem gehört und wer was macht. und den konnte ich gar nicht, den konnte ich weder zuordnen noch so auch, was der macht und was der, wo man gedacht hat, naja, die sparen für den Urlaub, so sah der aus. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen entschuldigt, weil die Rechnung halt so hoch ist, weil die ja so lange da waren. Da denke ich mir, ja, eine Frau und zwei Kinder, wo waren die denn eigentlich? Ja, so. So, und dann legt er mir seine Karte, zahle mit Karte auf den Tisch und wo bei mir so eine lange Nummer steht, Kartennummer 3.503.050.000, stand bei dem schlicht eine Eins. Und ich frage normalerweise nie, wer mir gegenüber steht. Also wir hatten Leopold von Bayern da, da dürfen wir es aber sagen, weil es steht bei ihm auch auf dem Auto, glaubt natürlich keiner, dass das ist. Aber ich frage normalerweise nie, was der macht. Wir haben Leute vom Fernsehen da, die werden in Ruhe gelassen, die werden nicht abgeschirmt, die werden so behandelt, als wären sie einfach normal und dann fällt es auch nicht so auf. Aber den habe ich gefragt. Wenn man eine Karte hat, also im ausgebeulten Jogginganzug vor mir steht, wo ich denke, ich müsste was bringen und dann eine Karte dahin legt, wo die Kartennummer 1 ist. Dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, die Indiskretion, aber wie kommt man denn zu so einer Karte? In dem haben die Bank gehört. Okay. War die Antwort zack. Und jetzt war der mal drei Wochen bei uns und der kam jedes Jahr wieder. Der kam mit Bodyguard, also da waren drei Plätze bestellt, der hat sich bei uns frei bewegt und das war für ihn der schönste Urlaub, weil ihn keiner erkannt hat. Ja, klar. Und die Kinder haben sich frei bewegen können. Das war für ihn der größte Luxus beim Camping, dass keiner weiß, wer er ist. Und der hat sich mit dem Nachbarn ganz normal unterhalten, durchgeschlendert. Und dann irgendwann, die kamen jahrelang, irgendwann habe ich sie ja dann kannt und auch gewusst, wer zu wem gehört und auch die Bodycarts gekannt. Man hat sie dann gegrüßt. Ja, aber das ist eben diese Freiheit, dass da alle sind querbeet und die meisten sind nett und entspannt. Egal, ob sie was haben oder nicht haben. Du siehst ja schon, was da reinfährt. Manchmal fährt dann was rein, wo ich denke, hm, zwei Millionen. Oder es wird mal dunkel in der Rezeption, weil da so ein kleiner Riesenbus draußen vorbeifährt. Oder dann fährt einer mit einem Auto rein, ganz bescheiden, ganz klein, wo ich sage, oh, der hat jetzt aber schnickschnackt. dabei, wo du merkst, der will das so. Wir hatten jetzt vor kurzem einen, der kam mit dem Fahrrad und hatte so einen kleinen Wohnanhänger am Fahrrad. E-Bike allerdings. Geschummelt hat er schon. Naja. Na, aber vom Neuesten und vom Feinsten. Feinsten. Und da gehe ich dann schon mal hin und frage dann mal neugierig, ob man gucken darf. Wir sind ja meistens auch ganz stolz drauf. Und das ist ja das Tolle, dass wir im Grunde querbeet Leute haben. Egal, was die arbeiten, egal, was die machen, egal, irgendwie, die finden sich alle wieder und die vertragen sich alle auf dem Campingplatz und die reden miteinander, die freuen sich über den Nachbarn und tauschen sich aus. Und es ist ein nettes Miteinander. Und auch an der Rezeption ist es ja oft so, dass die Leute dann kommen, sich bedanken für den schönen Urlaub. Also, Betrinkgeld ist auch immer ganz nett. Bekommen die Kinder immer noch so die Indianerväter? Wir haben natürlich unsere festen Dinge. Ich habe euch auch was mitgebracht. Also die Indianerväter habe ich euch jetzt nicht, aber ich weiß ja, dass ihr ein paar Kinder habt. Wir haben zum Beispiel auch ein neues Tagebuch, kann man führen. Ein Fahni-Tagebuch. Fahni muss mal erklären, das ist euer Maskottchen, das ist ein Elefant. Genau, wir haben einen Bronze-Elefant, den wir irgendwann mal von einem ungarischen Künstler, den wir einfach privat kennen und in der Galerie gehabt und so, den haben wir aufgestellt und das hat sich so entwickelt, dass wir aus diesem Elefant, Fahni klein, unser Maskottchen gemacht haben. Und mittlerweile gibt es den ja auch in Plüsch mit nach Hause nehmen. Wir haben schon Napsgläschen, Weingläschen, Saftgläschen mit Fahni drauf. Wir haben eben das Tagebuch mit Fahni drauf. Wir haben alle möglichen Dinge, eben bis hin die Indianer-Feder, die jeder kriegt, aber eben auch Autogrammkarten und natürlich auch den Fahni zum Zuhause kuscheln. Und er läuft bei uns auch rum. Und das ist das Coole. Wir haben den als, wie es so schön heißt, Walking Act. Walking Act. Ja, wir haben uns das, also mal, ich glaube zu meinem 15-jährigen Jubiläum oder 20-jährigen Jubiläum. habe ich mir einen kleinen Elefant geleustet und da wir ja tierlieb sind, haben wir den aus Stoff nähen lassen und keinen echten Elefant natürlich geholt und haben ein Maskottchen, das eben draußen die Kinder begrüßt. In der Früh zum gute Laune start in den Tag. kommt der Fahni raus und tanzt unseren Club-Song. Das ist natürlich für ein Kind das Highlight schlechthin. Also tatsächlich die Camping-Ullebe bei meinen Kindern sind geordnet nach Maskottchen. Also wir waren nicht in Italien, sondern wir waren beim Igel und dann wahrscheinlich beim Elefanten. Beim Fahni, genau. Wie ist denn die Gästestruktur? Sind es hauptsächlich Familien? Oder kann man so gar nicht sagen? Das kann man, also ich sage mal so, wir nehmen alle. Wir müssen alle nehmen. Wir sind ein großer Campingplatz. Nein, wir richten uns natürlich immer nach der Saison. Also natürlich, wenn ich am 1. August komme und keine Kinder mag, dann ist die Animation auch so ein bisschen auf Familien ausgelegt. Auch dann nicht vielleicht. Also wir machen definitiv, ist es bei uns ganz streng getrennt, in den Ferien oder Ferienzeiten, steht bei uns auch in den Giz-Hits genau drin, wann Familienprogramm ist. Dann steht Erwachsenenprogramm drin und Generationen übergreifendes Programm. Also wo wir einfach, im Herbst gibt es Zeiten, da gibt es schon Herbstferien, sind aber auch die Camper 55 Plus unterwegs, für die wir auch besondere Angebote machen und auch besondere Bespaßungen. Wir machen eine Kreativwerkstatt mit unserem Animations-Team. Also wir haben nicht nur Hüpf-Dolen auf deutscher Seite. Also bei uns ist kein Mallorca. Wallermann-Animation, sondern wer Animation möchte, kommt zum Aktivprogramm vor, in den Eingangsbereich, da ist auch die Aktionswiese, da sind dann auch mal Ausstellungen oder Fahrzeuge, die man sich anschauen kann, mal der Bauernmarkt, Blaulichttag, hatten wir jetzt erst wieder Oktoberfest. Das ist alles so im Eingangsbereich. Wer also Action möchte, kommt vor, wer seine Ruhe haben will, bleibt hinten. Also wir zerren keinen von der Liege, aber wir bieten ein Angebot für alle Generationen. Und je nach Jahreszeit richten wir uns halt einfach auf die Zielgruppe. Und klar, Ferienfamilien und außerhalb der Ferien, wo wir dann aber auch nicht voll sind, weil die Alten fahren nicht alle gleichzeitig. Wären ja schon blöd. Ja, klar. Sehen wir ja mal ehrlich. Die Familien fahren deshalb so geballt, weil sie halt nicht den Ferien richten müssen. Und die Camper 55 plus oder ohne Kinder, die fahren halt, wann sie möchten. Und da haben wir dann aber auch ganz gezieltes Aktivprogramm, wo dann halt mehr ein bisschen Wanderungen drin sind, so ein bisschen Kultur. Dann machen wir immer die Kooperationen mit der Stadt Linder. Die haben immer eine Kunstausstellung. Da hängen wir uns eigentlich immer an, sind wir auch Sponsor und machen die Workshops auch bei uns zu diesem Thema. Also wie 100 Wasser war, haben wir Fensterchen gemalt. Monet haben wir jetzt schöne Blumenbilderchen gemacht. Und es sind so Sachen, wir hatten jetzt, hatten wir eine ganz coole Andy Warhol Ausstellung in Lindau. Ja, da machen wir mit den Leuten das entsprechende Programm. Dann halt Altersgericht für die Kleinen ein anderes Motiv wie für die Fortgeschrittenen schon. Können Kinder wahnsinnig toll zeichnen, da schnallt man ab. Aber wir bieten es auch so an, dass jeder mit einem Erlebnis und zufrieden rausgeht. Also wir haben eine Kunststudentin, sag ich mal bei uns, die hat mal Kunst studiert. Die malt mit den Gästen so, dass diese Leinwand nachher ausschaut, dass du sie auch aufhängen kannst. Oh schön. Ja, und wenn die Kinder bei uns was basteln, dann ist es, ich sage jetzt mal, Idioten sicher so, dass die ein positives Erlebnis haben. Und wenn es scheiße ausschaut, sagen wir es auch. Dann helfen wir und machen es anders. Aber am Ende geht das Kind raus oder der Erwachsene, da musst du sehr sensibel sein, die Erwachsenen sind viel schlimmer, die können damit gar nicht umgehen, dass sie einfach was mitnehmen, wo sie stolz drauf sind. Und wo sie sagen, das haben wir gemacht. Und das sind die Sachen, wo wir sagen, bei uns ist jeder willkommen, aber er soll bitte in den Gitzitz schauen, wann es altersgerecht für ihn ist. Weil sonst macht es keinen Spaß. Heidrun, 95 hast du angefangen. Das ist schon eine ganze Weile. Aber ich glaube, dir macht es Spaß nach wie vor. Meistens. Meistens. Aber du wirkst jetzt nicht betrübt und du hast es ja durchgezogen bis heute. Ja, also ich sage mal so, es kommt natürlich dazu, dass wir es auch erfolgreich betreiben. Ja. Also ich habe am Anfang angefangen, also ich sage jetzt mein Alter nicht, aber war gerade mal so um die 20, Toiletten geputzt, Rasen gemäht, Rezeption gemacht, komplettes Programm. Also ich habe alles wirklich mal selber gemacht. Und in diesen 30 Jahren habe ich es jetzt aber geschafft, mir einen Betrieb aufzubauen, auch eine Struktur aufzubauen. Bei uns ist es organisiert. Wir sind ein wohlgehender, mittelständischer Betrieb mit ein paar Millionen Umsatz. Was dazu führt, dass ich mir natürlich auch erlauben kann, manche Spürenzien zu machen. Wenn ich dem Gast ein Geschenk geben will, dann kann ich das. Dann kriegt er halt das Souvenir. Also das sind so Sachen, mir das Schöne an diesen 30 Jahren, deshalb bin ich vielleicht auch so entspannt, ist, dass wir auch zu Corona keine Hilfe brauchten. Wir haben unseren Betrieb im Griff und wir sind insofern erfolgreich, dass wir sowohl die Geldseite stimmt, als auch die Gästeseite. Die Leute kommen gerne, man kriegt wahnsinnig viel Positives zurück. Klasse, ein Stimmstiefel dabei. Egal, wenn ich vor die Tür gehe, finde ich immer einen. Wollte gerade sagen, das findet man ja echt überall. Aber die positive Rückmeldung ist doch Motivation. Ich kann, also wenn ich rausgehe, dann wäre ich, oh und schau mal, und die Frau Müller und da, und ja, haben wir schon so oft angeht. Oder manche dann kommen, ja, wir sind jetzt endlich mal da. Und ich sage, na, wird es ja Zeit. Ja, und dann, wir machen aber auch so Sachen wie Gästebegrüßung. Dann stelle ich mich auch mit dem Apfelsaft draußen hin und erzähle was über die Region. Ja, haben wir jetzt Corona, haben wir es eigentlich eingestampft? Nächstes Jahr fangen wir jetzt wieder mit an. Wir haben jede Woche die Gäste begrüßt, wie sich das in einem ordentlichen Freilufthotel gehört. So. Ja, letztes, kommen wir langsam zum Schluss. Aus, vielleicht noch einen Ausblick. Jetzt haben wir Corona. Ihr habt Corona überlebt. Wir haben... Wir haben kein Corona. Jetzt kommt noch, das Thema Elektromobilität, glaube ich, sparen wir uns heute. Und die Lieferengketten und so. Das fangen wir nicht mehr an. Ja. Aber was denkst du, was jetzt der große Camping-Boom ist auch vielleicht wieder ein bisschen abgeflacht? Ja. Wird es jetzt wieder ein bisschen normaler und ruhiger alles? Oder wie? Ich hoffe nicht. Was kommen die Jahre auf uns zu, die nächsten Jahre? Ich denke mal, also Corona hat den Menschen verändert, die Gesellschaft verändert, aber nicht den Camper in dem Sinn. Also klar haben wir immer wieder Neue und wieder andere oder sowas, aber das hast du ja so oder so. Ich glaube, man dürfte sich da auch gar nicht so heulend in die Ecke legen und sagen, was hat es jetzt alles gemacht? Sondern wir haben natürlich ein wenig umgestellt. Wir sind offener, wir sind manche Sachen auch rigoroser, wo wir gesagt haben, klare Linie, lassen wir uns nicht auf dem Kopf rumtanzen, damit wir auch durchblicken. Es muss geführt werden und so. Aber wir sehen das ganz entspannt. Also solange wir nicht wieder Berufsverbot haben. Also das würde ich jetzt nicht nochmal machen, weil das ist fies, wenn du sechs Monate nichts tun darfst, wenn du keinen Gast empfangen darfst, wenn du Gastgeber bist, was mir wirklich Spaß macht, was ich hoffentlich auch übertrage und auch das Team. Wir haben ein so super Team. Also wir nennen uns ja Kids Team und die Gäste sind die Kizianer. Ist ja ganz einfach. Und auch das Team ist so dabei. Und ich sage mal, das sind die nur, weil ich erstens mal vorausrenne und Juhu schreie. Meistens. Ich bringe aber auch jeden Tag Brotzeit mit. Aber auch die, die das gerne machen. Und dieses Team funktioniert auch super. Und für uns war es wirklich die größte Strafe, dass wir eben die Gäste nicht empfangen durften. Und wir haben gesagt, macht's auf. Wir halten uns an alles. Wir kriegen das schon hin. Organisieren. Also wenn du einen Campingpark betreibst, 30 Jahre lang, organisieren kannst du. Ich brauche nur Planungssicherheit. Das geht auch bitte an die Politik nochmal. Planungssicherheit wäre auch nicht toll. Also wenn du einfach weißt, das Gesetz kommt jetzt raus und es gilt erst im nächsten Jahr oder so. Nicht das Gesetz kommt raus und gilt schon drei Stunden. So wie wir es zu den Zeiten hatten. Wir haben manche Sachen in Corona einfach nur entschieden und gesagt, da stehe ich dazu und ich stelle mich vorne hin und verteidige meine Meinung. Das macht Sinn. Virustechnisch. Und so machen wir es jetzt auch mit der Planung für die neun Jahre. Wir werden immer wieder irgendwas haben. Irgendeine Sau wird wieder durchs Dorf getrieben. Und wir werden auch nach wie vor mit dieser Pandemie immer wieder in Kontakt kommen. Wir werden Lieferketten, Engpässe, neue Gesetze, immer irgendwas haben. Aber es liegt ja an uns. Ha! Und da ist der springende Punkt. Wenn wir anfangen und es macht uns Spaß und wir gehen gerne campen und wir begrüßen die Leute nicht, dann kommen die auch. Und dann wird sich da auch nicht viel ändern. Und wenn wir mit Freude den Campingurlaub, also bei uns ist Campe dich glücklich, ja, das Motto. Wir haben Outdoor-Helden und Camping ist bei uns das Ganze. Und wenn wir positiv vorauslaufen und wenn wir sagen, bei uns ist es einfach schön, genieß es einfach. Es geht uns gut. Es ist alles in Ordnung. Lächeln, schön nach vorne schauen und dann ändert sich da auch nichts. Und die Leute, bitte nicht hyperventilieren, es ist immer noch ein Plätzchen frei. Man muss nur anreisen. Anreisen. Wer auf dem Parkplatz steht, wird bedient. Okay. Wir sind so nett. Wir kümmern uns um alle. Wer mal da ist, kann gerne campen. Und so sehen wir das einfach entspannt. Schön. Und dann macht Camping auch Spaß und dann hast du auch keine Angst vor der Zukunft. Campe dich glücklich am Witzenweilerhof. Ich würde sagen, Heidmann ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Viel erfahren. Das freut mich. Herzlichen Dank. Ich komme auch gerne wieder. Ich habe mir noch ganz viele Geschichten. Wir haben ja auch ein Buch geschrieben. Das müssen wir verschieben. Teil 2. Und den Fani haben wir nicht erklärt. Den Fani, ja. Ganz viele Dinge gibt es zu entdecken am Bodensee. So zwischen Bodensee und Allgäu. Ja. Ist alles, alles dabei. Alles dabei. Ne, also vielen Dank auf jeden Fall. Wir sehen und hören uns bestimmt nochmal. Ja, wir sehen uns auf der CMT. Ja, genau. Wir sind natürlich auf der CMT wieder da. Mit dem Bodenseestand neuerdings. Also wir beschließen uns jetzt mit der Region zusammen, um auch die Region zu stärken. Weil nur so können wir stark auftreten, dass wir uns bündeln im Grunde und den Gast schön empfangen und schön begrüßen und ihm auch was bieten. Ja. Und der Bodensee und der Giztenweilerhof hat definitiv was zu bieten und deshalb sind wir natürlich bei der CMT wieder dabei. Und dann freuen wir uns auf neue und alte Gäste wiederzusehen und auf den nächsten Sommerurlaub. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall. Dann sehen wir uns an der CMT. Timo, das war ein sehr interessantes Gespräch. Absolut. Ich würde sagen, wir haben gerade ziemlich überzogen. Ja, ich glaube auch. Mir tut der Kerl in der Technik leid. Unser Techniker Patrick sitzt tapfer da und wartet und trampelt schon, weil das Studio in einer Viertelstunde neu besetzt wird hier. Genau. Also zusammenfassend würde ich sagen, es war auf jeden Fall super spannend, dass man mal einen Einblick hatte, was eben Campingplatz bedeutet, was da alles dahinter steckt, wie viele Personen, welche arbeiten. Das ist einem, glaube ich, oft als Gast nicht klar. Macht, glaube ich, viel Verständnis. Ja, wie der Heidrun gesagt hat, man ist ja auch da, um Füße hochzulegen. Ja, genau. Aber es ist trotzdem spannend, da mal einen Einblick zu kriegen. Und ich würde sagen, der Gast kann sich auch darauf verlassen, wenn er zu uns kommt. Wir haben uns Gedanken gemacht. Er kann es uns gerne mitteilen. Aber wenn ich sage, das ist besser so, wir machen es so, dann haben wir uns das schon überlegt. Und von daher komme ich auch gerne wieder und erzähle auch den Rest, weil es ist ja alles nur angerissen. Ja. Im Grunde kann man über Camping und nicht nur Camping erleben, sondern auch Camping betreiben, ja, stundenlang weiterreden und immer wieder. Also ich komme gerne nach Stuttgart. Gerne. Ich bin immer wieder da und hoffe auf eine gute und sonnige, bitte Sonne und dann wird die Campingsaison toll. Toll. Schön. Geben wir noch einen Ausblick. Genau. Ich glaube, unser nächster Gast wird der Markus Böhm vom Hümermuseum. Erwin Hümermuseum. Das ist auch in deinem Einzugsbereich. Da sind wir uns auch schon über den Weg gelaufen. Da müssen wir auch den Gästen unbedingt sagen, das ist kein Hümermuseum, sondern es ist die Campinggeschichte. Ab den 50er Jahren. Und dieses Erwin Hümermuseum hat es aufbereitet für alle, die wirklich sich dafür interessieren. Es ist einfach ein schöner Ausflug. Also das nächste Mal zu Gast Herr Böhm vom Hümermuseum. Es ist eine Stiftung, die von seiner Tochter geführt wird. Und es ist wirklich toll. Und wir haben auch was gespendet. Von uns steht auch was drin. Und man muss unbedingt sich das Windspiel anschauen. Das ist mein Tipp für das Erwin Hümermuseum. Das Windspiel suchen. Allzu gut. Diesen Worten hören wir auf. Verabschieden wir uns. Und dann sehen wir und hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge von Clever Kempten. Lasst gerne einen Kommentar da. Liked uns. Schaut uns an. Wir freuen uns. Bis dahin. Liebe Grüße. War mir ein Vergnügen. Danke. Tschüss. Tschüss. amente durchzordiniert- Latein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.